Carl Rogers ist davon überzeugt, dass der Mensch in seinen Tendenzen und in seiner Richtung im Kern konstruktiv ist. Damit meint er, dass wir alle die Fähigkeit und die Tendenz besitzen, in Richtung sozialer Harmonie zu handeln und uns selbst zu verwirklichen. Diese konstruktiven Potenziale können in zwischenmenschlichen Beziehungen freigesetzt werden, die durch Echtheit, Empathie und Wertschätzung geprägt sind. Wenn ihr mehr über Rogers und seinen personenzentrierten Ansatz erfahren möchtet oder nach Möglichkeiten sucht, um eure zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern, dann seid ihr hier richtig. Rogers wurde 1902 in Illinois geboren und starb 1987 im Alter von 85 Jahren. Bekanntheit erlangte der US-amerikanische Psychologe durch die Entwicklung des personenzentrierten Ansatzes, der heute noch in der Psychotherapie, aber auch in der pädagogischen Arbeit bedeutsam ist. Ich gebe euch ja ganz gerne einen kurzen Überblick über das Leben und Wirken der Personen, deren Überlegungen ich euch vorstelle, damit ihr die Ideen und Theorien besser nachvollziehen könnt. Bei Rogers mache ich das diesmal etwas anders. Die Entwicklung seines Denkens lässt sich nämlich gut anhand seiner Publikationen nachzeichnen. 1941 schrieb er ein Buch über Beratungstechnik und Psychotherapie. Inhaltlich ging es in diesem Buch ausschließlich um die Interaktion zwischen Helfer und Hilfesuchendem. Eine Dekade später, also 1951, publizierte Rogers ein Buch über klientenzentrierte Gesprächstherapie. Seine Erkenntnis in diesem Werk, die Prinzipien der Psychotherapie, können nicht nur in der Psychotherapie selbst, sondern auch in anderen Bereichen wie der Gruppentherapie und dem schülerzentrierten Unterricht eingesetzt werden. Weitere zehn Jahre später erschien dann, 1961, On Becoming a Person, zu deutsch die Entwicklung der Persönlichkeit. Zielgruppe seines Buches waren für Rogers selbst zwar wieder Psychotherapeuten, zu seinem Erstaunen stellte er jedoch fest, dass sein Werk auch bei vielen anderen Personengruppen von Lehrkräften über Geschäftsleuten bis hin zu Privatpersonen großen Anklang fand. Er gelangte zu der Erkenntnis, dass das, was für die Beziehung zwischen Klient und Therapeut gilt, wohl auch für die Beziehung in einer Ehe, einer Familie, zwischen Kulturen oder auch zwischen Ländern eine Rolle spielt. Zu Beginn seines Schaffens sprach Rogers über Psychotherapie. Von der einengenden Annahme, dass seine Überlegungen lediglich für Psychotherapeuten von Bedeutung sind, nahm er im Laufe seiner Entwicklung immer mehr Abstand. Es geht ihm nicht nur um die Beziehung zwischen Therapeut und Klient, sondern um eine positive Begegnung von Menschen im Allgemeinen. Vor diesem Hintergrund ist ein Ansatz auch weniger als eine Therapiemethode, sondern vielmehr als Grundhaltung, Philosophie oder Lebenseinstellung zu verstehen, die für jede Situation gilt. Die Aspekte, die diese Lebenseinstellung prägen, möchte ich im Folgenden skizzieren. Im nächsten Schritt werfen wir daher einen Blick auf die Grundlagen des personenzentrierten Ansatzes. Zwei miteinander verwandte Tendenzen haben für Rogers' Denken im Laufe seines Lebens eine immer größere Bedeutung gewonnen. Das ist zum einen die Selbstverwirklichungstendenz, die Rogers als ein Charakteristikum des organischen Lebens versteht, und zum anderen die formative Tendenz im Universum als Ganzem. Diese beiden Tendenzen stellen das Fundament des personenzentrierten Ansatzes dar. Zunächst zur formativen Tendenz. Auf jeder Ebene des Universums ist zu beobachten, dass alle existierenden Formen aus einer einfacheren, weniger komplexen hervorgegangen sind. Dies gilt gleichsam sowohl für die belebte, als auch für die unbelebte Natur. Ein anschaulicher Beleg für die Existenz dieser formativen Tendenz ist die Entstehung unseres Sonnensystems. Zum Beginn der Strukturentstehung haben wir lediglich Gaswolken. Innerhalb der Gaswolken strukturieren sich durch die Gravitation Staubteilchen. Diese Staubteilchen verdichten sich weiter zu Planeten und, wenn es so läuft wie bei uns, entsteht auf dem Planeten sogar Leben. Wir haben es ja also mit einem sich selbst organisierenden Strukturierungsprozess zu tun, der in Richtung einer immer größeren Komplexität tendiert. Eine Art schöpferischer Vorgang. Es gibt auch alltagsnähere Beispiele für diese Strukturierungsvorgänge. So entsteht ein menschliches Kind aus einer befruchteten Eizelle und die komplexe Form einer Schneeflocke aus formlosem Dunst. Das mit der formativen Tendenz ist aber natürlich nur die halbe Wahrheit, denn ein Blick in unsere Wirklichkeit zeigt, dass neben den aufbauenden Kräften auch destruktive Kräfte im Universum als Ganzem wirken. Die Tendenzen zum Verfall bemerkt ihr womöglich auch bei euch selbst. Beispielsweise, wenn ihr euer aktuelles Spiegelbild mit alten Bildern von euch vergleicht oder euch irgendwelche Wehwehchen plagen, Rücken oder Knie oder sowas. Mit Rogers Worten gesprochen, reduziert sich organisches Leben mit der Zeit auf ein immer geringeres Maß an funktionaler Organisation oder Ordnung, bis am Ende der Prozess der Verwesung abgeschlossen ist. Das gilt aber natürlich nicht nur für organisches, sondern auch für anorganisches Leben. Wir hatten eben über die Entstehung unseres Sonnensystems als einem Beispiel für die Existenz der formativen Tendenz gesprochen. Das Leben jeder Sonne ist aber natürlich auch endlich. Hat ein Stern seinen Wasserstoffvorrat verbrannt, dehnt er sich zunächst aus und fällt anschließend in sich zusammen. Interessanterweise, und hier lässt sich wieder der Bogen zur formativen Tendenz spannen, entstehen bei diesem Prozess Elemente wie Sauerstoff, Eisen oder Magnesium, aus denen dann natürlich wieder komplexere Formen entstehen können. Die schöpferischen und destruktiven Prozesse sind nicht nur im Universum als Ganzem am Werk, sondern vollziehen sich auch im Menschen. Teil der für Rogers so bedeutsamen formativen Tendenz ist die Selbstverwirklichungs- oder auch Aktualisierungstendenz. Diese besagt, dass in jedem Organismus eine Tendenz zur konstruktiven Erfüllung der ihm innewohnenden Möglichkeiten vorhanden ist. Es geht Rogers in diesem Zusammenhang natürlich nicht um die grundsätzliche Entwicklung aller Potenziale des Organismus. Beispielsweise hat jeder von uns sicherlich eine innewohnende Möglichkeit, psychische Störungen wie Abhängigkeiten oder Depressionen auszubilden. Unsere Potenziale hier zu aktivieren, ist aber sicher nicht in eurem und auch nicht in Rogers Sinne. Die konstruktive Tendenz als eigentlichem Fundament des personenzentrierten Ansatzes macht auf etwas anderes aufmerksam. Wir Menschen haben das Potenzial, uns selbst zu begreifen und unsere Selbstkonzepte, unsere Grundeinstellungen und unser selbstgesteuertes Verhalten zu verändern. Rogers begründet dieses Potenzial mit einer zentralen Energiequelle im menschlichen Organismus. Diese Quelle ist die Tendenz zur Selbsterfüllung und Selbstverwirklichung, die zum Ziel hat, den Organismus zu erhalten und weiterzuentwickeln. Wirksam wird die Quelle vor allem in einem Klima förderlicher psychologischer Einstellungen. Rogers spricht hier auch vom psychologischen Fruchtwasser. Bevor ich auf die Bedingungen für dieses förderliche Klima zu sprechen komme, möchte ich zunächst die Annahme der Existenz einer Selbstverwirklichungstendenz veranschaulichen. Rogers verweist auf das Experiment eines Biologen. Dieser befruchtete ein Seeigelei und trennte die beiden Zellen nach der ersten Zellteilung. Es ist anzunehmen, dass sich aus jeder dieser Zellen ein Teil eines Seeigels bildet. Tatsächlich entsteht jedoch aus beiden Zellen, wenn sie denn einen optimalen Nährboden haben, eine vollständige Seeigellarve. Schließlich wohnt jeder Zelle die zielgerichtete Tendenz zur Ganzheit in. Dieses Beispiel spiegelt Rogers berufliche Erfahrungen wieder. Als effektiv verlebte er seine Sitzungen immer dann, wenn es ihm gelang, in der Interaktion ein wachstumsförderndes Klima herzustellen, in dem die Selbstverwirklichungstendenz seiner Klienten wirksam werden konnte. Er grenzt sich hier von der Idee ab, dass ein Therapeut bei seinem Gegenüber etwas aktivieren kann, was nicht bereits vorhanden ist. Zu Veränderungen kommt es nicht dadurch, dass ihr anderen etwas aufdrückt, sondern dann, wenn ihr eure Mitmenschen akzeptiert und schätzt, wenn ihr ihnen einfühlsam zuhört und wenn ihr in der Interaktion echt im Sinne von ihr selbst seid. Denn dadurch wird es eurem Gegenüber möglich, eine fürsorglichere Einstellung zu sich selbst zu entwickeln, das eigene Erleben deutlicher wahrzunehmen und eine Übereinstimmung zwischen dem eigenen Selbst und den gemachten Erfahrungen auszubilden. Diese Überlegungen leiten zu den drei Elementen bzw. Aspekten über, die das Klima förderlicher psychologischer Einstellungen bedingen und damit den Kern des personenzentrierten Ansatzes darstellen. Werfen wir jetzt also einen Blick auf die Grundhaltung im personenzentrierten Ansatz. Rogers definiert drei Elemente, die in der zwischenmenschlichen Kommunikation erfüllt sein müssen, damit ein wachstumsförderndes Klima entstehen kann. Diese Elemente sind Konkurrenz, im Sinne von Echtheit, Unverfälschtheit, Transparenz oder auch Wirklichsein, dann die Wertschätzung, verstanden als Akzeptanz, Anteilnahme oder auch bedingungslose positive Zuwendung und drittens die Empathie, also ein einfühlsames Verstehen. Ich werde im Folgenden aufzeigen, wie es gelingen kann, diese drei Bedingungen zu erfüllen. Dabei beziehe ich mich nicht nur auf Rogers selbst, sondern auch auf die Psychologen tauschen Tausch, die im Bereich der Erziehung forschten und zahlreiche Zielsetzungen im engem Anschluss an Rogers Überlegungen zu verwirklichen suchten. Rogers selbst verweist auf die Untersuchungsergebnisse der beiden, die die Annahme einer Verhaltens- und Persönlichkeitsänderung bei einer gelebten Grundhaltung nach Rogers bestätigen. Schauen wir uns die drei förderlichen Aspekte also genauer an und beginnen bei der Konkurrenz. Bei der Konkurrenz geht es um die Übereinstimmung der seelischen Bereiche einer Person, zum Beispiel die Übereinstimmung von Sprachäußerungen und innerem Erleben, also Gefühlen und Gedanken. Konkurrenz zu sein bedeutet, in der Interaktion mit anderen so aufzutreten, wie ich wirklich bin. Egal, ob ich Therapeut, Lehrer, Freund, Bruder oder was auch immer bin, ich bin in der Beziehung mit anderen immer auch Mensch und kann als solcher offen über meine Gefühle und Einstellungen reden. Inkonkurrenz auf der anderen Seite ist dann gegeben, wenn ich mein inneres Erleben hinter einer Maske verberge. Unechtes Verhalten lässt sich beispielsweise bei Politikern beobachten, die ihre wahren Gedanken und Absichten hinter rhetorischen Nebelkerzen zu verschleiern versuchen. Bei Influencern und Autoren stoße ich auch immer wieder auf Inkonkurrenz, nämlich dann, wenn diese Dinge veröffentlichen, weil sie wissen oder wenigstens meinen, dass sie dafür Zustimmung erfahren, weil es vielleicht das ist, was die Leute sehen oder hören wollen. Eine solche Perspektive oder Herangehensweise verklärt allerdings den Blick auf das eigene Innere. Darüber, was solche Menschen wirklich denken und fühlen und wer sie wirklich sind, kann ich nur spekulieren. Vielleicht kennt ihr ja auch solche Menschen, von denen ihr wisst oder glaubt, dass sie euch gegenüber nicht echt auftreten. Häufig fühlt man sich in der Gegenwart solcher Menschen angegriffen, weil man den Eindruck gewinnt, nicht verstanden zu werden. Solchen Menschen gegenüber verschließen wir uns. Und genau das ist keine gute Grundlage für Kommunikation und natürlich auch nicht dafür, dass konstruktive psychische Veränderungen angestoßen werden. Will ich konkurrent im Sinne Rogers sein, dann darf ich mich nicht hinter einer Maske verstecken, sondern muss eine unmittelbare, echte Beziehung zu anderen Personen eingehen. Ich muss mich als Helfer meines Gegenübers verstehen, der aus der Beziehung ebenfalls gestärkt und mit neuen Lernerfahrungen hervorgehen kann. Grundlage dafür ist die Persönlichkeit des Helfenden, der sich in der Beziehung mit anderen selbst erlebt, wahrnimmt und einbringt. Die Momente, und das sagt Rogers selbst, in denen zwei Kommunikationspartner zutiefst echt und wirklich sind, die sind selten. Aber wenn es gelingt, eine solche Basis zu schaffen, dann kommt es zu tiefen und wechselseitigen persönlichen Begegnungen, an denen die beiden Gesprächspartner konstruktiv wachsen können. Abschließend zu diesem ersten Aspekt nur noch ein wichtiger Punkt. Konkurrenz bedeutet nicht, dass ich in der Kommunikation stets alles äußere, was ich fühle und denke. Echtheit kann in einem extremen Ausmaß durchaus auch destruktiv sein. Wichtig ist im Zusammenhang mit Konkurrenz vor allem, dass nichts zu den eigenen Gedanken und Gefühlen Gegensätzliches geäußert wird. Schauen wir uns nun mit der Wertschätzung den zweiten Aspekt einer positiven Grundhaltung nach Rogers an. Einem anderen Menschen mit einer bedingungslosen, positiven Zuwendung zu begegnen, setzt voraus, dass ich mein Gegenüber als eine eigenständige Persönlichkeit respektiere, die andere Motive, Erlebnisse und Gefühle antreibt als mich selbst. Auch wenn mein Gegenüber Ansichten vertritt, die ich nicht teile oder auf eine Art und Weise handelt, die ich womöglich sogar moralisch verurteile, so tut dies der Akzeptanz gegenüber dem anderen Menschen keinen Abbruch. Denn die Wertschätzung ist nicht an Bedingungen gekoppelt. Konkreter wird das wertschätzende Element des personenzentrierten Ansatzes womöglich durch ein Beispiel aus dem Bereich der Erziehung. Die Psychologen Tausch und Tausch machen in ihrem Typenkonzept zur Klassifizierung des Lehrer-Erzieher-Verhaltens auf die positive Wirkung von sozial-integrativen Verhaltensformen aufmerksam. Diese sind durch ein Verständnis der pädagogischen Fachkräfte für die Gefühle, Motive und Erlebnisse der Kinder und ein Achten ihrer Persönlichkeit gekennzeichnet. Also durch eine Haltung, die dem entspricht, was Rogers unter Wertschätzung versteht. Erziehungsprobleme werden bei dieser Verhaltensform stets unter Berücksichtigung der seelischen Lage des Kindes zu lösen versucht, wobei Befehle und Verbote vermieden werden. Hierzu ein konkretes Beispiel. Eine Mutter bittet ihre Tochter darum, ihr Zimmer aufzuräumen. Nach einiger Zeit schaut die Mutter nach und stellt fest, dass das Zimmer immer noch genauso aussieht wie vorher. Die Mutter kommentiert, »Warum sitzt du in deinem Saustall und machst nichts?« und ergänzt dann, »Ich fasse es nicht! Räume sofort auf, sonst kannst du vergessen, dass Julia morgen vorbeikommt!« Die Mutter bringt bei dieser Reaktion keine Wertschätzung zum Ausdruck. Sie nimmt auf die Gefühle und Bedürfnisse der Tochter keine Rücksicht und differenziert auch nicht zwischen dem Verhalten der Tochter und ihr als Person. Wertschätzend wäre folgende Reaktion. »Du, ich hatte dich doch gebeten, dein Zimmer aufzuräumen. Ich kann sehen, dass du da einiges zu tun hast und kann mir gut vorstellen, dass du deine Zeit gerne mit anderen Dingen verbringen würdest. Aber trotzdem. Heute ist unser Aufräumtag und ich bitte dich darum, dass du dich an unsere Vereinbarung hältst.« In der Ansprache der Mutter kommt zum Ausdruck, dass sie die Tochter als eigenständigen Menschen mit eigenen Gefühlen und Motiven versteht. Sie schätzt die Persönlichkeit der Tochter, ohne von ihrer eigenen Position abzuweichen. Wertschätzend miteinander umzugehen heißt, Probleme, wie das aus dem Beispiel zwischen Mutter und Tochter, unter Berücksichtigung der seelischen Lage des Kindes zu lösen und dabei Befehle und Verbote zu vermeiden. Die seelische Lage des Kindes spielt auch beim dritten Element des personenzentrierten Ansatzes eine Rolle, nämlich bei der Empathie. Empathie, verstanden als ein einfühlsames Verstehen, hat zum Ziel, genau die Gefühle und persönlichen Bedeutungen zu spüren, die die andere Person erlebt. Es geht hierbei also um ein aktives Zuhören mit wirklichem Verständnis. Davon abzugrenzen sind Kritik, Belehrung oder sonstige Lenkungen auf der einen Seite und ein schlichtes, passives Zuhören auf der anderen Seite. Wenn ich mir die Erlebnisinhalte meines Gegenübers vergegenwärtige und diese verbalisiere, führt dies bei ihm oder ihr zu der Erfahrung und dem Gefühl des Verstandenwerdens. Dies hat zur Folge, dass sich der Partner weiter äußert, worauf ich wieder mit einfühlsamem Verstehen reagieren kann. Theoretisch ist das natürlich leicht gesagt. In der praktischen Umsetzung ist das einfühlsame Verstehen jedoch durchaus mit Schwierigkeiten verbunden. Tausch und Tausch machen beispielsweise unter anderem darauf aufmerksam, dass es in Gesprächen eher ungewöhnlich ist, sich dem Erlebnis gegenüber sensitiv zuzuwenden und sich auch nur diesbezüglich zu äußern. In unserem Verhalten und unserer Einstellung neigen wir automatisch zu Beurteilungen und Wertungen anderer und das drückt sich natürlich auch in unserer Kommunikation aus. Auch beispielsweise eine Beschäftigung mit persönlichen Problemen und Belastungen kann dazu führen, dass euer Einfühlungsvermögen getrübt wird, selbst wenn ihr eine von einfühlsamen Verstehen geprägte Grundhaltung ausgebildet habt. Versuchen wir diese Überlegungen durch ein Beispiel konkreter zu machen. Nehmen wir an, ein Junge kommt zu euch, der sich darüber beschwert, dass ihn die anderen Kinder beim Fußballspielen nicht mitspielen lassen. In dieser Situation zu sagen, dann spiel doch mit jemand anderem oder geh hin und sag, dass ich gesagt habe, dass sie dich mitspielen lassen sollen, hätte nichts mit den Gefühlen des Kindes zu tun, sondern würde in den Bereich der Lenkung fallen. Eure Aufgabe ist es aber, euch in das Erleben des Kindes hineinzufühlen und die seelischen Inhalte so präzise wie möglich wiederzugeben. Empathisch wären also Aussagen wie Du fühlst dich ausgeschlossen. Du würdest gerne mitspielen. Du bist traurig. Oder Du würdest gerne wissen, warum dich die anderen nicht mitspielen lassen. Euch fallen bestimmt noch mehr verstehende Äußerungen ein. Die Kommunikation der angenommenen Gefühle lässt dem Kind die Möglichkeit, das eigene Erleben näher zu erläutern und gegebenenfalls genauer auf die Gründe hinter den Gefühlen einzugehen. Der Junge fühlt sich verstanden und wird sich tendenziell weiter öffnen. Abschließend möchte ich mit einem kurzen Fazit. Ihr habt in diesem Video erfahren, dass Rogers davon überzeugt ist, dass wir alle die Fähigkeit und die Tendenz besitzen, in Richtung sozialer Harmonie zu handeln und uns selbst zu verwirklichen. Um diese konstruktiven Potenziale freizusetzen, braucht es zwischenmenschliche Beziehungen, die durch Konkurrenz, Empathie und Wertschätzung geprägt sind. Roger selbst schreibt, Wenn Menschen akzeptiert und geschätzt werden, tendieren sie dazu, eine fürsorgliche Einstellung zu sich selbst zu entwickeln. Wenn Menschen einfühlsam gehört werden, wird es ihnen möglich, ihren inneren Erlebnisstrom deutlicher wahrzunehmen. Und wenn ein Mensch sich selbst versteht und schätzt, dann wird sein Selbst konkurrenter mit seinen Erfahrungen. Die Person wird dadurch realer und echter. Diese Tendenzen, Spiegelbilder der Einstellungen des Therapeuten, befähigen die betreffende Person, ihre eigene Entfaltung wirksamer zu fördern. Sie genießt eine größere Freiheit, ein echter, ganzer Mensch zu sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.